Der Wartner Der Wartner Der Wartner Der Wartner Aber Jede Ja geh weiter Bache einen schönen Vordergrund Na Ob ich da gerade geregelt will Aber ja Optimal optimal auf die Hohe Bresnik und ich glaube, das ist sie da hinten. Ich glaube, dass sie sich hält, stürmt entschlossen. Weiter. So, Herr, da kamen wir her. Dort wollen wir hin und da sind wir jetzt. Rastplatz, idealer Rastplatz, den man sehen kann. Sehr schöner Aufstieg da. Technisch einwandfrei Aufstieg. Und das ist die Flagge 3. Und das ist die Flagge 3. Und es ist die Flagge 3. Und das ist die Flagge 4. Drei.